Hi und Willkommen zum Hofnach-Channel. Es sieht nichts besser, als jetzt vorbereitet zu sein auf eine Apokalypse, die vielleicht passieren könnte oder auch nicht. Man weiß es nie. Man hat ja schon eine Weltkrieche vorher gesagt. Außer Hitler! Wir schließen nicht auf Menschen. Wir schließen nur Schlimmere, falls sie kommen und unseren Strom klauen wollen. Mit ihren Mistjabeln und alles. Jetzt ist es so. Scheiße! Kipp den Kot weg! Ich denke, den Pfeil kann man vergessen. Aber das macht gar nicht. Die Pfeile sind so billig. Ich konnte zwei von fünf Pfeilen retten. Das bedeutet, dass ich zwei von fünf Pfeilen retten konnte. Mit 300-400 Joule ist nicht zu spaßen, wenn sie ab ist. Aber das kann man dabei nicht einbauen. Weil das hier wäre doch mit seinen 700 Joule eine übelste Genauigkeit vorzuweisen. Tolles Zeug. Zu riesen Preisen. Aber das ist gut für meinen Geldbeutel. Wie das so alles. Kann man bei mir auch einen Shop bestellen? Ja, gar keinen Shop. Aber das ist meine Shop. Ich habe mich auf einen Shop. Ich habe mich auf einen Räufenden auf den Seite, in den gerät. Ich bin der. Ich habe mich auf meine Brille. Ich habe mich auf meine Brille, aber ich habe mich auf die andere Seite. Oh, wow, there he is. Oh, das ist so gut. Bis zum nächsten Mal.